In Projekten mit 10-Bit-Farbtiefe unterstützen die EDIUS Color Correction Tools jetzt den vollen Farbraum von 10-Bit pro Y-UV-Kanal. Damit stehen einem dann insgesamt 1,07 Milliarden Farbtöne zur Verfügung, was besonders bei der Farbkorrektur zu wesentlich besseren Ergebnissen führt, selbst wenn man das Ergebnis später in ein Format mit weniger Farben zurückrechnet.